Herzlich Willkommen Leute, heute die große Ankündigung für den Livestream nochmal. Ihr habt es hoffentlich nicht vergessen, heute um 13 Uhr gibt es meinen ersten großen Livestream. Das wird super cool, vielleicht habt ihr den Teststream gesehen oder die Aufzeichnung davon. Es war super genial. Ich habe da gedacht, ich werde da mit ein, zwei Leutchen sitzen für eine Minute und sagen, ja, funktioniert alles und dann offline gehen. Aber ihr habt gesehen, was daraus geworden ist. Ja, da waren 120 Leute anwesend, fast eine Stunde lang. Und auf jeden Fall war absolut megamäßig der Stream. Ja, hat allen gefallen. Das war einfach nur super genial. Und heute kommt dann der richtige Stream. Ja, und er beginnt heute um 13 Uhr. Ich werde um 12 Uhr schon den Warteraum öffnen. Ja, das bedeutet, ihr werdet eine Benachrichtigung bekommen. Hoffentlich habt ihr die Glocke auch aktiviert. Ja, das sind dann so wabbelnde, wabbelnde, wie soll man sagen, Linien neben der Glocke. Ja, dann heißt das, die Glocke ist aktiviert. Und dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung. Also um 12 Uhr startet der Warteraum. Der Warteraum ist dafür da, damit die Leute sich dort sammeln. Und wenn ihr aber im Warteraum seid und tatsächlich schon um 12 Uhr da reinkommt, ne, dann kann man halt, der Warteraum ist dafür da, damit man sich entspannt und dort chillt, ja. Und da werden allerlei vegane Leute sein, mit denen, und auch nicht vegane, ne, mit denen man sich unterhalten kann. Ja, schreibt da irgendwas in die Kommentare. Unterhaltet euch mit anderen. Ja, da habt ihr die Möglichkeit, diesmal mit Veganern zu sprechen, ja. Viele sagen ja, ja, man kennt so wenig Veganer und so. Man kann sich mit niemandem darüber so wirklich unterhalten. Von daher, wenn ihr Lust habt, kommt in den Warteraum. Da könnt ihr euch schon mal vor dem Stream unterhalten, ja. Und dafür ist der Warteraum da. Dann sammeln sich alle Leute. Und dann um 13 Uhr beginnt dann der richtige Livestream mit mir. Ja, dann bin ich auch mit dabei. Im Warteraum höchstwahrscheinlich nicht, weil ich da Vorbereitungen treffen muss. Und, äh, genau. Okay, Leute, um 12 Uhr heute, Warteraumeröffnung, um 13 Uhr, Livestream. Seid dabei, es wird ein Spezialstream. Es wird ein Q&A sein, also ihr könnt Fragen stellen, alle Fragen, die ihr wollt, ja. Wir können über komplett alles sprechen. Ja, da wird ein bisschen auch was anderes sein am Anfang. Und, äh, ja, lasst euch überraschen. Seid auf jeden Fall dabei. Und wir sehen uns heute im Livestream, Leute, ja. Nicht vergessen, heute Livestream, 13 Uhr. Auf meinem Kanal. Hier auf YouTube, okay. Von daher, Leute, wir sehen uns später, ja. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Bring deine Freunde mit. Holt euch euer Popcorn raus, eure Chips, ja. Ja, was auch immer. Mittagszeit, euer Essen und dann ab vor den Fernseher. Und dann könnt ihr meinen Livestream auf dem Fernseher abspielen oder auf dem Laptop, auf dem Handy, wie ihr wollt. Und dann genießt einfach die Show. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns heute im Livestream, alright? Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später. Peace. Peace. Peace.